So, jo, Freunde, Zähloch-Sieger und Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem kurzen, knackigen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Denn in diesem Video öffnen wir nur das 85-Plus-Upgrade-Pack. Ja, holet ihr einen seltenen Goldspieler? Das Team habe ich gerade schon gebaut, deswegen kommt das Video auch ein bisschen später. Ähm, ja, wenn EA mal hier laden würde. Das ist das Team, Leute, alles untauschbar. Hier müsst ihr ein Inform abgeben. Lohnt sich, finde ich. Ihr habt zwar nur ein 85er-Plus, aber ich denke mal, die ganzen 82, 83er... Gut, der Inform wird mindestens 10k kosten. Aber die, die kosten halt alle nix, ja. Ich kann mal kurz noch gucken, ob ich dafür ein 85er reintun können. Nein, kann ich nicht, okay. Ähm, wie gesagt, die kosten alle nix. Die SPC wird nicht teuer sein. Wir schauen einfach, was wir daraus ziehen. Würden wir jetzt schon mal freuen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, falls ihr gerne Videos verpassen wollt. Und, äh, dann versuchen wir unser Glück, Freunde, ja. Ich öffne es mir nach, ihr seht zwar nicht, aber ich werde auch bald wieder mit Facecam-Man versprochen. Und ich werde bald streamen. Ich hab's schon so lange gesagt, ich möchte auch endlich streamen. Ähm, aber die Wohnung ist halt noch nicht fertig. Mein Setup... So, ich würde sagen, 3, 2, 1. Mit der Nase. Es öffnet sich. Komm, ich blickte 89 plus. Bin ich zufrieden. 89 plus bin ich zufrieden. Das wird nur ein 86er, ne? Nein, es wird nur Wadi. Okay, Leute, schreibt mir gerne in die Kommentare, was habt ihr gezogen. Ähm, damit bin ich wieder raus. Haut rein, Leute. Bis dann. Und ciao. Bis dann. feminine erste Mal. Eine langfristungen. Vielen Dank.